In Dragon's Dogma 2 kann man nach der Story ins Endgame rein starten, wie ihr es freischaltet und perfekt abschließt, dass ihr ins New Game Plus kommt, zeige ich euch hier in diesem Video. Dranbleiben lohnt sich, es gibt auch geheime Ausrüstung zum Abstauben. Servus Efecte, willkommen zum nächsten Video, ich hoffe es geht euch allen gut. Wir haben heute den 1. April, das Video hier ist aber auf jeden Fall kein April-Scherz, für sowas habe ich keine Zeit. Wir starten heute wirklich ins Endgame von Dragon's Dogma 2 rein, passt aber auf, was heute alles an Neuigkeiten und so rauskommt, nimmt er nicht alles für wahre Münze. Das Endgame von Dragon's Dogma 2 ist definitiv einen Blick wert, denn die Karte ist nochmal ein Tick größer geworden und zwar ist das Wasser abgelassen und so kann man eben neue Bereiche erkunden und auch neue Ausrüstung finden. Außerdem sind stärkere Gegner auf der Karte unterwegs, die bestimmte Materialien troppen, die man zum Waffen oder Rüstung aufwerten benötigt. Außerdem bekommt man haufenweise Geld, aber auch Lindwurmkristalle, mit denen ihr bei einem besonderen Händler einkaufen könnt und so an starke Endgame-Ausrüstung rankommt. Außerdem gibt es so auch verschiedene Quests zum Abschließen und man kann das Endgame übrigens auch verpassen. Dass das euch eben nicht passiert und ihr perfekt durchkommt, zeige ich euch, wie man richtig vorgeht. Das Story-Ende beginnt ganz unten rechts auf der Karte und zwar müsst ihr dort in einen Aufzug rein. Bevor man da reingeht, sollte man aber ein paar Sachen vorbereiten. Als allererstes alle Lazarus-Steine ins Inventar reinnehmen. Im Anfänger-Video hatte ich euch ja mal mitgeteilt, dass ihr sie sparen solltet und jetzt ist gleich der Moment, sie zu verbrauchen. Außerdem solltet ihr drei bis fünf Reisesteine mitnehmen und auch ganz wichtig, die gedrängte Götter-Bann-Klinge ins Inventar nehmen. Die hat man im Laufe der Hauptstory bekommen und auch wichtig, Zielkristalle auf der Map aufstellen, denn die Ochsenkarren fahren im Endgame nicht. Ihr habt auch schon gestern ein separates Video gemacht, das ist oben rechts auf dem i-Zeichen verlinkt, was man alles vorbereiten sollte, um ins Endgame perfekt rein zu starten. Das könnt ihr gerne nochmal anschauen, kriegt ihr nochmal ein paar mehr Infos. Die wichtigsten habt ihr aber jetzt hier bekommen. Geht in den Aufzug rein, fahrt nach oben, ihr müsst dort noch ein paar Gegner ausschalten und der große Endboss-Drache erscheint. Wenn er nichts mehr sagt, schießt ihn einfach an und ihr fliegt dann mit ihm auf eine einsame Insel und dort startet dann der Endboss-Kampf. Wenn ihr ihn besiegt habt, kommt es zum Abspann, ihr seid im Drohnenraum und hier kann man eben aus dem Drohnenraum einfach rauslaufen. Und wenn ihr das macht, dann seid ihr im Hauptmenü und könnt ins New Game Plus rein starten und habt das Endgame verpasst. Könnt mal gerne in die Kommentare reinschreiben, ob das euch passiert ist. Wenn ihr aber ins Endgame rein starten möchtet, dann müsst ihr auf der linken Seite mit dem Geist sprechen und wenn ihr mit ihm gesprochen habt, erscheint er auch nochmal im Mitte des Raums. Sprecht ihn nochmal an und dann passiert es plötzlich, dass ihr wieder auf diesem Drachen sitzt und ihr geht jetzt in die Nähe vom Herz vom Drachen. Ihr leuchtet dann selber auch bei der Brust auf und wenn ihr das seht, dann könnt ihr die besondere Klinge im Inventar verwenden. Verwenden, rüstet sie aus und klickt dann nochmal zum Beispiel die X-Taste und killt euch selber. Und so kommt ihr ins Endgame rein. An der Stelle habe ich für euch jetzt eine ultra wichtige Sache zum Endgame. Hört wirklich zu, bevor wir jetzt gleich perfekt weitermachen. Und zwar könnt ihr im Endgame nicht mehr an Lagerfeuer rasten und so euer Leben auffüllen. Das geht nur noch in den Gasthäusern und ihr könnt das aber nur eine bestimmte Anzahl machen. Wenn man zu viele Tage immer wieder übernachtet, dann geht das irgendwann nicht mehr und es ist blockiert. Und dann könnt ihr natürlich auch euer Leben nicht mehr auffüllen und es wird extrem schwer das Endgame abzuschließen. Außerdem speichert das Spiel nicht mehr einfach so. Das Spiel speichert nur, wenn ihr eine Übernachtung getätigt habt, solltet ihr danach dann irgendwann sterben, startet ihr bei der letzten Übernachtung. Habt ihr zum Beispiel im Endgame noch gar nicht übernachtet, sterbt irgendwo am Schluss, dann startet das Endgame eben von Beginn an. Deswegen sollte man im richtigen Moment in einem Gasthaus übernachten, aber nicht so oft, weil dann spult ihr zu viele Tage vor und irgendwann könnt ihr nicht mehr übernachten. Das hört sich jetzt ein bisschen kritisch an, aber wenn man es richtig anstellt, ist das wirklich einfach. Ich möchte euch hier nur mitteilen. Deswegen habe ich natürlich auch am Anfang gesagt, nehmt die Lazarussteine mit, denn dadurch könnt ihr länger im Endgame unterwegs sein. Denn wenn ihr wenig Leben habt, könnt ihr einfach sterben, euch mit einem Lazarusstein an Ort und Stelle wiederbeleben und natürlich weiterspielen. Und womit es zum Beispiel auch geht, ist mit dem Alldrang Heilmittel. Damit kann man sein Leben ja auch easy auffüllen und so könnt ihr länger im Endgame unterwegs sein, auch nach den ganzen Quests, um noch starke Gegner zu farmen und Truhen zu öffnen mit eben neuer Ausrüstung. Seit ihr im Endgame gespawnt, befindet ihr euch in der Nähe vom Drachenschmied. Der befindet sich ein Tick über euch und dort solltet ihr auch als allererstes hinlaufen, denn der hat brandneue Endgame-Ausrüstung. Alle möglichen Waffen für jede Laufbahn sind dabei und natürlich auch verschiedene Rüstungssets. Habt ihr genügend Linkwurm-Kristalle, dann könnt ihr da jetzt fett shoppen gehen und euch fürs Endgame wappnen. Als zweites lauft ihr jetzt zur verfallenen Ruine, die aus dem Wasser hervorkam. Da ist man ja auch mit der Story unterwegs gewesen. Ihr seht es hier auf der Karte, ist einfach nur ein Tick weiter rechts vom Drachenschmied. Dadurch, dass das Wasser weg ist, könnt ihr dort einfach ganz geschmeidig rüberlaufen. Dafür befinden sich auch ein paar Gegner auf dem Weg. Ihr killt die einfach und wenn ihr dort ankommt, sprecht mit den NPCs. Und dadurch schaltet ihr eine neue Basis frei. Und ihr müsst jetzt sämtliche Völker auf der Karte hierhin evakuieren. Man macht das mit verschiedenen Quests, wo die sich befinden. Das zeige ich euch jetzt gleich. Die Reihenfolge ist im Endeffekt egal. Ich zeige euch aber den schnellsten Weg, wie ihr optimiert vorgebt, um eben noch genügend Tage am Schluss im Endgame zu haben, um schön farmen zu können. Danach geht es dann nach Bad Batal. Und zwar müsst ihr euren Hauptbasalen wiederholen. Und der befindet sich in diesem Drachenuntersuchungsraum. Da ist man ja auch mit der Story schon vorbeigekommen. Man befindet sich in diesem großen Kaisertempel und man kann einfach hinten reinlaufen am Drachen vorbei. Haltet euch dann rechts, lauft die Treppe nach oben. Und im oberen Raum müsst ihr mit dem NPC, mit der Person sprechen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr mit eurem Hauptbasalen wieder vereint. Danach geht es dann vor den Kaisertempel. Dort ist auch ein riesiger Strahl, der in den Himmel ragt. Und ihr interagiert mit diesem Strahl. Dann kommt es auch zu einer Cutscene und es kommt zu einer Vase runter, so einer Drachenvase. Und die gilt es in dieser Mission zu zerstören. Verfolgt einfach die Mission, kann man nichts falsch machen. Und am Schluss seid ihr in diesem riesigen Tempel oder Kaisertempel eingangen. Und dort spawnen sehr viele Gegner auf einmal. Und da ist bei mir diese eine NPC gestorben. Und ich habe ihn wiederbelebt. Denn später gibt es von ihnen dann auch nochmal eine Quest. Und ich bin mir nicht sicher, ob man das auch ohne den dann abschließen kann. Deswegen belebt ihn auf jeden Fall wieder. Der liegt irgendwo rum. Und danach zerstört einfach die Vase. Sprecht dann nochmal mit dem NPC. Dadurch ist die Quest abgeschlossen. Ihr bekommt haufenweise Erfahrung. Ich glaube Lindwurmkristalle und Gold. Und lauft dann einfach danach Richtung Marktplatz. Auf der Hälfte wird eine Cutscene getriggert. Da braucht auch nochmal ein NPC eure Hilfe. Und hier müsst ihr jetzt eben Bad Batal evakuieren. Und drei verschiedene Konflikte lösen. Wie ihr sie löst ist wirklich irgendwie komplett egal. Ihr müsst sie einfach nur lösen. Auf der linken Seite sind dann zwei Krieger. Ich habe sie gegeneinander fighten lassen. Und mich einfach eingemischt. Einen dann gegriffen am Schluss. Die haben mich dann beide angegriffen. Ich habe sie dann so ein bisschen angeschossen. Und irgendwie da war dann der Konflikt zu Ende. Wichtig ist nur, dass es irgendwie zu Ende bringt. Der andere Konflikt habe ich mich entschieden, dass der Mensch schuld ist. Und dann war dieser Konflikt auch gelöst. Und beim dritten haben mich zwei NPCs angegriffen. Ich habe die einfach abgeschossen oder angeschossen. Irgendwann haben sie sich beruhigt. Und da war der dritte Konflikt auch abgeschlossen. Bin dann wieder zurück in den mittleren Bereich. Und habe dann kurz mit dem NPC gesprochen. Und bin danach in den Kaiser-Tempel rein. Zu der Kaiserin. Und dort auch kurz gesprochen. Und die Quest ist dann auch abgeschlossen. Und hier bekommt man auch Gold- und Linfom-Kristalle. Danach geht es dann per Schnellreise ins Elfendorf. Ganz nach oben auf der Karte. Im Eingangsbereich gibt es dann einmal einen NPC. Mit dem müsst ihr auch sprechen. Den kennt man auch schon. Und hier startet dann die Elfen-Evakuierungs-Quest. Ihr müsst dann eben zu seinem Vater den überreden. Ihr bekommt einen kleinen Baum ins Inventar. Und den müsst ihr unten in diesem neuen Hauptquartier in der Basis einpflanzen. Diese Ruine, wo er aus dem Wasser rauskam. Und an einer Stelle kann man ihn eben einpflanzen. Wenn ihr das gemacht habt, reist wieder mit der Schnellreise zurück zum Elfendorf. Und hier an der Stelle empfehle ich euch, einmal bei den Elfen zu übernachten. Kostet 2000 Gold. Wahlweise könnt ihr natürlich auch unten im Hauptquartier einmal übernachten. Davor ist euch selber überlassen. Schließt die Quest oben mit den Elfen dann einfach ab. Geht wieder zum Vater. Und danach aktiviert ihr im Elfenbereich dieses große Portal. Und hier müsst ihr jetzt gegen den allerersten Boss fighten. Der ist nicht wirklich schwer. Ihr müsst einfach die Augen zerstören. Seid ihr mit dem Magiebogenschützen unterwegs, drückt immer nur ganz kurz die Ulti. Und dann könnt ihr sehr schnell hintereinander immer wieder die Augen zerstören, bis er dann eben tot ist. Und dann habt ihr euren ersten fetten Boss gekillt. Als nächstes reist ihr per Schnellreise nach Wermund. Natürlich muss auch die Stadt eskortiert werden. Solltet ihr beim ersten Boss extreme Schwierigkeiten gehabt haben, könnt ihr natürlich in Wermund auch einmal ins Bett gehen und eben speichern. Solltet ihr danach sterben, werdet ihr eben dann dort wiederbelebt. Und müsst den ersten Boss nicht machen. Ich empfehle euch dann gleich den zweiten Boss hinterher zu machen. Seid ihr durch den ersten gut durchgekommen, dann natürlich nicht pennen gehen, sondern gleich zum zweiten. Ihr müsst da außen rum bei Wermund. Und wenn ihr dann auf dem halben Weg zum Boss seid, erwartet euch noch so ein starker Licht. Der ist wirklich extrem stark. Der war sehr resistent. Und ich habe ewig lang gegen ihn gekämpft. Und beim zweiten Durchlauf bin ich dann nicht mit dem magischen Bogenschützen zu ihm, sondern ich habe kurz in Wermund die Laufbahn vom normalen Bogenschützen genommen und habe diesen Verhängnispfeil mitgenommen. Und damit habe ich den kurz gewoneshottet, bin zwar wieder zurückgelaufen, das hat natürlich auch ein bisschen Zeit gekostet, aber war deutlich schneller, weil er eben mit einem Schuss weg war. Habe wieder den Magiebogenschützen genommen. Ihr könnt natürlich jede Klasse nehmen, die ihr wollt. Nur so habe es ich eben gemacht und habe dann den zweiten fetten Boss eben auch wieder mit dem Magiebogenschützen gekillt, kurz immer die Ulti gedrückt und dann war der auch in wenigen Minuten tot. Danach geht es dann wieder nach Wermund hoch und zwar geht ihr in diesen Pub rein, in das Wirtshaus. Und dort steht eben wieder diese eine NPC rum, den man auch von der Hauptstory kennt, mit dem sprecht ihr. Und eben diese Eskortierung, Evakuierungsquest startet eben. Und ihr müsst dann oben in das Adelshaus, in das Königshaus rein, in den allerersten Stock, in die Gemächer. Und auf der linken hinteren Seite steht eben Sven, mit dem sprecht ihr. Und ihr müsst dann unten Ochsenkarren ja klar machen, dass die eben dafür bereit sind für die Evakuierung. Und man muss dann unten einen NPC einfach schnappen und der flieht dann. Und die Ochsenkarren sind dann eben bereit, sprecht mit dem Bauern dahinter, kann man nicht verpassen. Und danach geht es dann oben wieder in das Adelshaus, diesmal in die Gemächer von der Mutter, sprecht eben dort mit Sven und dann ist diese Quest, die Evakuierung auch erledigt. Jetzt reisen wir ganz nach unten zum Lager in den Vulkaninseln. Ich selber habe dort ein Zielkristall platziert, kann wunderbar mit der Schnellreise runterreisen. Solltet ihr eventuell beim zweiten Boss noch Schwierigkeiten gehabt haben, könnt ihr natürlich jetzt in Wermund auch davor einmal speichern. Ich selber habe es nicht gemacht, bin direkt runtergereist und in diesem Lager vorne am Eingang spricht euch ein NPC an. Und ihr müsst jetzt eben das Lager unten evakuieren. Und dafür müsst ihr den Schmied und die Elfe weiter links eben eskortieren. Bevor ich sie aber eskortiert habe, bin ich aus dem Haupttor raus, auf die linke Seite hoch. Zu diesem Titanen auf der Karte. Und dort startet dann eben auch nochmal eine Cutscene. Und je nachdem, wie viel Arme der Titan bei euch hat, kämpft ihr gegen einen oder gegen zwei von diesen Bestien. Habt ihr zwei Arme, dann werden beide Bestien von diesem Titanen gekillt. Ihr könnt einfach zugucken. Hat er nur ein Arm bei euch, weil ihr ihn nicht schnell genug damals in der Story eben angehalten habt, dann kämpft er nur gegen einen. Und ihr habt nochmal links von diesem Lager einen Strahl in den Himmel. Ihr müsst damit interagieren und diesen Boss selber töten. Es ist von Vorteil, wenn man ihn wirklich selber tötet, denn dann bekommt man nochmal ein paar mehr Lindwurmkristalle. Macht es eben dieser Titan selber, dann geht man leider leer aus. Wenn ihr diesen, ja wie auch immer, diesen Boss dann besiegt habt. Entweder selber oder durch den Titanen. Daraufhin spawnt dann nochmal ein weiteres Portal. Und zwar in diesem Hauptquartier. Das aber noch nicht machen. Das kommt ganz am Schluss. Erstmal eskortiert ihr den Schmied und die Elfin. Auf dem Weg dorthin erwartet euch nochmal ein stärkerer Golem. Der Fight kann hier ein bisschen länger dauern. Kommt drauf an, wo diese Weakspots eben sitzen. Wenn ihr zurück seid, dann muss der Zwerg und die Elfe den Weg hochlaufen. Das kann ein bisschen länger dauern, wenn sie oben ankommt. Vor dem Tor gibt es eben nochmal eine Sequenz. Man spricht eben. Dahinter befindet sich dann dieser Soldat. Den könnt ihr auch nochmal ansprechen. Und dann müsst ihr diesen einen Dude ansprechen, von dem ihr diese Kriegsmeisterlaufbahn bekommen habt. Ich habe dann das obere genommen, dass er die Elfe und den Schmied eben evakuieren soll. Das hat er dann gemacht. Und im Endeffekt ist diese Quest dann abgeschlossen. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, jemanden zu evakuieren. Und zwar in dem Knast, in diesem Gefängnis. Ganz auf der rechten Seite könnt ihr auch einfach rüberlaufen. Wahlweise natürlich auch nochmal in diesem Lager speichern. Ich würde halt nie zu oft speichern. Wenn ihr viele Lasurid-Steine habt, dann könnt ihr euch ja eh auch wiederbeleben. Und wenn ihr dann drüben in diesem Gefängnis seid, ist auch nochmal ein fetter Golem. Besiegt ihn eben. Und da steht auch eine Wache am Eingang rum. Mit der sprecht ihr. Ihr müsst dann hinten in die Zelle rein, wo ihr ganz am Anfang gestartet seid. Da geht es dann weiter. Ihr bekommt einen Schlüssel. Und müsst dann auch nochmal in dem Gefängnis weiter nach vorne laufen. Da gibt es dann ein Haus. Könnt ihr aufsperren. Und dort liegt ein Stab auf dem Boden. Den schnappt ihr euch. Geht wieder zurück. Ganz am Anfang in diese Knastzelle. Und schließt diese Quest ab. Dann bekommt ihr auch nochmal Erfahrung, Lindwurmkristalle und Geld. Und wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr im Endeffekt im Endgame von diesen ganzen Quests durch. Ich empfehle euch dann einmal in dieses Hauptquartier zu reisen. Dort jetzt einmal wirklich zu schlafen. Ihr habt alle Quests abgeschlossen. Und jetzt beginnt im Endeffekt für euch die freie Erkundung. Am besten ist es natürlich noch, wenn ihr wenig geschlafen habt. Ihr habt noch viele Tage, ihr habt noch viele Lasuridsteine. Und jetzt alle Flächen abklappern, wenn ihr Lust drauf habt, die jetzt eben nicht mehr mit Wasser bedeckt sind. Dort findet ihr starke Gegner für geilen Loot. Und natürlich auch immer wieder Truhen, wo ihr auch neue Ausrüstung rausbekommt. Ich werde heute auch noch alles untersuchen. Sämtliche Wasserbereiche, falls ihr da auch Bock habt, um eben da noch Truhen zu öffnen, um an besondere Ausrüstung ranzukommen. Und ihr habt was gefunden, könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben, auch ein Bild schicken, wo ihr etwas gefunden habt. Vielleicht bekommen wir da alle möglichen Rüstungssets und eventuell Waffen zusammen. Wäre eine richtig coole Sache, dann kann ich dazu auch nochmal ein separates Video machen. Wenn ihr im Endgame komplett fertig seid, ihr habt alles abgeklappert oder keine Lust mehr, dann geht einfach in dieses Hauptquartier, aktiviert den letzten Strahl. Dann gibt es eine Cutscene, ihr seid auf dem Drachen und beendet dann das Spiel. Da kann man nichts falsch machen. Und am Ende landet man im Hauptmenü und kann in New Game Plus Modus rein starten. Und das war es auch soweit jetzt hier vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Mehr Videos werden natürlich in den nächsten Tagen zu Dragonstock Mart 2 rauskommen. Könnt ihr euch noch mega drauf freuen. Und falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie wie gesagt in die Kommentare rein. Wenn ich sie weiß, kann ich sie beantworten. Wie immer ganz viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.